Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Ich glaube, der hat diese Zersprenger-Ladung. Schätze ich mal. Ah Gott, das ist auf jeden Fall doch irgendwie unten drüber, man sieht es irgendwie nicht. Also, das ist merkwürdig. Wir probieren es jetzt einfach mal nochmal. Ja, 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 komm, wir probieren es nochmal. Ja, 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 ja. So, Prüfung annehmen. Let's go. Das kennen wir ja schon. Okay. Schauen wir mal. Ah, da haben wir es vollkommt. Okay. Wie auch immer das Gange ist, weiß ich nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also, fragt es mich nicht, Leute, ich weiß es nicht, wie. Keine Ahnung. Irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie. Aber das Wie und Warum ist noch nicht so ganz geklärt. Aber es ist scheiß drauf, Digger. Irgendwie haben wir es geschafft. Auf jeden Fall haben wir da die Glutsonne. Sehr schön. Bist du nicht toll? Hier, deine Glutsonne. Bist du nicht toll? 17.500. Das ist eigentlich schon krass, ne? Ich möchte gerade keine Prüfung machen. Wir haben alle drei Glutsonnen. Sehr schön. Äh, jetzt hätten wir noch hier. Irgendwie. Nein, das ist was anderes. Jetzt werden wir schon dabei sein. Jetzt haben wir, glaube ich, bloß noch zwei. Die müssen wir machen müssen. Äh, ja Gott, da unten ist noch einer. Stufe. Das sieht man leider noch nicht. Und? Wahrscheinlich noch in irgendeinem Gebiet, wo ich noch nicht war, denke ich mal. Also hier haben wir auf jeden Fall eins. Ähm. Ja, komm. Äh, let's go. Schnellreisepaket. Let's fetz. Puh. So. Also da habe ich jetzt wirklich unterbrechen müssen. So. Also wie gesagt, da habe ich jetzt wirklich unterbrechen müssen. Das war jetzt einfach echt, puh. Bisschen too much. Ähm. Sehr, sehr lange Ladezeit. Aber jetzt hat eigentlich alles passen. So. Genau. Hier hinter müssen wir. Den schon, den schon. Ah, warte mal. Von dir brauche ich doch eh was. Hör mal da. Von dir brauche ich eh was. Von dir brauche ich ein Trophy, mein Freund. Was sitzt du da? Warte mal, der glaube ich macht, macht der Blitz. Ich glaube schon, gell. Ah, das heißt, wir müssen mein Outfit wechseln. Ah, mein Blitz hier. Ah, warte mal. Ich mache das bei Eis. Ne Fehler. Blitz haben wir. Hier. Hä? Ich bin jetzt. Hier. Dieses Blitz. Ich kann es noch schaffen. Da war's schon. Das halbt man schon aus. Wir haben uns ja gut vorbereitet. Man braucht mal Trophy von dem. Ah, dieses Teil ist aber echt nicht verkehrt. Das ist immer kacke, wenn man dies nicht erzickt. Das ist immer kacke, wenn man dies nicht erzickt. Ja, brenn einmal. Jetzt ist ein Papa trein, wenn es brennt. Vogel. Das bringt mir gar nichts. Doch, vereisen. Brauchst du mich nicht, gell? Komm her, komm her, komm her. Hattest du gleich, du Mist, Mats. Boom, boom, boom. Und? Das war's. Okay, wir haben eine Sturmvogeltrophäe. Jetzt braucht man natürlich nur einen Donnerkiefer danach. Aber... Ja, da müssen wir noch schauen, ne? Wir haben jetzt erstmal hier nur die andere Quest eigentlich. Mit der Glutzone. Erstmal wieder alles auffüllen. So, vor allem Pfeile. Die sind wichtig. Sehr schön. Na, 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 na. Ein bisschen... Da sind wir schon auf 1.500 mit den Stöcken. Das ist, glaube ich, ganz okay. Wir haben jetzt eh viel mehr Platz wieder. Weil wir jetzt nicht mehr jedes Teil brauchen. Wie viel haben wir denn jetzt gerade insgesamt? Äh... Kapatt... Also, boah. Das bin gleich ein Schocker. 51 von 120. Leute, wir haben Platz. Wir haben Platz ohne Ende. Da haben wir jetzt einfach mal kein Problem. So. Beginnen die Jagdprüfungen auf jeden Fall, hä? Dann also auf die harte Tour. Dann schauen wir, wo die sind. Hier. Da muss ich noch weiter. Ah, da geht sie runter. Der, der. Oh, Alter. Alter, wie was? Na schon. Wir sind da zu viel leid unterwegs. Da gehst du nicht mehr mit. Die Stierbeut. Das ist der Nächste. Wie viele Wächter da sind. Die sind ja ultra lästig. Alter. Jetzt mach ich noch ein bisschen mehr auf den Sack. Das ist ja... Also, pass auf. Ich muss da rauf, ne? Ich muss mal schauen, wie wir da raufkommen. Das weiß ich noch nicht. Haben wir was zum Heilen? Okay, hier komme ich nicht drauf. Ah, da schaut's gut aus. Das sieht man fast nicht. Also, dass die Kante angemalt ist, ne? Okay, ich bin mal gespannt, was das jetzt natürlich für Prüfungen sein werden. Was haben wir da eigentlich für eine Stufe? Das sieht man nicht mehr in irgendeiner Stufe. Ist irgendwie strange. Hm. Hm. Was ist das hier? Äh, was machst du da? Ich habe gelauscht. Der Herde. Willst du eine Tarnprüfung machen? Ich weiß nicht. Tarnprüfung. Ja, mach mal. Ich bin der Hüter des Jagdgrunds. Unternannt worden von der Jägerloge. Okay, was sind das für Prüfungen? Was sind die Prüfungen? Es sind Tests, die dich verbessern sollen. In jedem Jagdgebiet gibt es andere Prüfungen, um dein Können zu testen. Ich biete die Tarnprüfungen an. Manche glauben, Angriffe mit starken Waffen machen sie zum Jäger. Doch dabei wird man schnell niedergetrampelt. Da hat er recht. Wahre Jäger, wählen die Methode, die am besten zur Beute passt. Die Tarnung zu beherrschen, kann dir das Leben retten. Ah, da hat er recht. Und was hat dich hierher geführt? Hm. Was ist die Jägerloge? Sie steht in Meridian. Dort können sich Jäger mit ihresgleichen unterhalten. Bist du Mitglied? Nein. Ich bin nur ein Küken. Ich ziehe die Musik der Wildnis dem schrillen Gezwitscher der Vögel vor. Du hast schon die Abzeichen für den Beitritt zur Loge. Lärm macht dir weniger aus als mir. Hoffentlich. Okay. Ja, komm. Wir haben ja sogar ein Outfit, das wo... Ah, das müssen wir warten. Wie vor wir die Prüfung starten. Wenn du bereit bist, komm wieder her. Ja, ja. Das passt auch. Wie vor wir das machen. Ich zeige jetzt auf jeden Fall... Warte mal. Wir müssen ein Outfit modifizieren. Und zwar mein Schleich-Outfit, wenn man nur ist. Das ist dies. Ah, das ist Mittel. Schwer. Ah, das ist da ganz unten, glaube ich. Aha. Oder... Oder auch nicht. Ähm. Ich bin hier jetzt. Das ist mein Tarn-Outfit. Das habe ich doch schon... Ich habe das noch gar nicht gehabt. Doch, oder? Das hat doch... Hä, natürlich. Da ganz unten ist. Das darf ich gerne modifizieren. Wo ist das, was ich auch habe? Ach, jetzt wird es mir angezeigt. Jetzt auf einmal gehe ich da ganz runter. Ei, ei, ei. Das war gerade irgendwie ein Fehler. Oder ich habe es einfach vercheckt quasi. Also. Tarnung, Feuerschutz. Ist schon mal ganz geil. Natürlich nur mehr Tarnung, Leute. Ähm. Ah, da macht man gleich noch... Warte ich sagen... Diese Tarnung, ne? Nahkampfschutz. Sehr schön. Ich glaube, das ist soweit okay. Was haben wir denn da eigentlich nur? Das ist sozusagen die... Äh, keine Warte. Würde die Pfeilspitzen je entfernen. Schauen wir mal, was wir da nochmal können. Das zum Beispiel. Zack. Ah, ich habe noch Feuerschutz dazu. So. Jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich so ziemlich alles drauf. Schauen wir mal. Vielleicht können wir jetzt bei dem Händler mal noch was geiles kaufen. Äh. Aha. Schatzkisten ist eigentlich auch schon mal. Schade. Hat leider nicht das, was ich gern hätte. Na gut. Aber das Outfit weißt du jetzt schon mal. Und jetzt soll ich sagen, starten wir mal mit den Prüfungen. Aufmerksamkeitsprüfung. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ja gut, macht man. Rutsch ein Seil hinunter. Möge die Prüfung beginnen. Das Problem ist immer, ich weiß jetzt noch nicht, wie viele das da sind. Pass auf, wir haben hier auf jeden Fall Wächter. Und jetzt geh auf. Wir schauen jetzt einfach mal, wie viele wir da brauchen. Ich habe keine Ahnung. Vier Wächter. Okay. Ah, komm her. Oh, das war auch kein Wächter. Oh, das war auch kein Wächter. Ah, da haben wir einen Wächter. Und zwei Minuten habe ich Zeit. Sehr gut. Genau in der richtigen uns erwischt. Ah, da schauen wir nicht. Müsste jetzt schnell sein. Ah, jetzt kommen wir ein bisschen schneller. Komm, 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 komm. Wir haben noch keine Zeit. So. Ohne Schatz. So, einen Wächter brauchen wir nur. Wo ist der Wächter? Na. Ja, doch, ich verpasst. Puh. 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 Easy going. Hat funktioniert. Ja, 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 ja. Der hat jetzt Bock auf mich. Aber der wird gleich zurückgesetzt. So. Erste Glutsonne, mein Freund. Dankeschön. Geil, geil. Okay, Kistengeschick. Panzerwanderer hüten ihre Ladung mit ihrem Leben. Bei dieser Prüfung musst du in kurzer Zeit vier ihrer Behälter plündern. Oh Gott. Sei bereit. Deine Prüfung beginnt, wenn du eins der Seile runterrutscht. Okay. Wird auch tricky. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Oder wie viel halt, ne. Weil in welche Kisten. Wir haben da Panzerwanderer, ne. Aber welche Kisten moinen die? Diese Kisten wahrscheinlich, ne. Der ist eine Kiste. Das ist uncool. Die haben wir schon geplündert. Okay, krass. Vier Kisten. Ah, okay. Es ist eigentlich scheißegal, was ich mache. Okay, okay. Das wär's selbst jetzt, oder? Wenn ich's runtergeschossen hab. Okay, 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 okay. Ich... Ja, ich hab's mitgedrückt. Ich hab's kaum Bock drauf. Ist mir klar. Aber wie soll man da vier Kisten so schnell hinkriegen? Alter. Ist ja fast unmöglich. Also, jetzt mal im Ernst. Ich muss anscheinend einfach nur hier laufen, oder? Oder die Obi schießen? Keine Ahnung. Schwierig. Schauen wir mal nochmal. Ja, der muss abbrechen. Ja, ja, ja. Okay. Nochmal. Ja, let's go. Probieren wir's nochmal. Die ist echt nicht leicht. Aber da sind jetzt zwei. Die Kisten haben wir erbeutet. Was sind die restlichen? Was sind denn nochmal welche? Da kommen sie. Weiß ich nicht, ne? Also, das ist ein komischer Quest. Ja gut, haben wir eh schon wieder verschissen, ne? Haben wir eh schon wieder verschissen. Ja, das ist merkwürdig. Oder muss ich da einfach bloß hinten, an den ich hingehe? Belangt das auch? Schwierig. Du hast dich beendet. Ja, ja, ja. Also ich hab keine Ahnung, wie das machen soll. Vor allem innerhalb von den Minuten. Da liegen zwei. Aber wo sind da noch nur welche? Da hinten. Da hinten sind nur zwei. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Voll heute runter, hä? Komm, lass mich hier. Oh. Ich glaub, ich hab's geschafft. Oh Gott, war das eine Kack-Mission. Oh, wir müssen still und leise mal in der Zeit. Alter. Was für eine Kack-Mission. Oh, das war jetzt echt eine ekelhafte Mission. Oh, ich schwitze gleich richtig. Vielleicht liegt's aber an die 34 Grad, die ich in der Buda hab. Kann möglich sein. Also. Ich hätte dich fast nicht bemerkt. Die Glutsonne ist verdient. Ja klar, fast nicht bemerkt. Pirscher haben viele Jäger besiegt, denen mehr an Kraft als Geduld lag. Mach diesen Fehler nicht. Wenn du bereit bist, bezwinge die Pirscher und du erhältst. Okay. Verstanden. Fang. Also. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, wie ich da bezwingen soll. Erledige zwei Pirscher. Das ist der zweite. Das ist der zweite Pirscher. Hier. Geschafft, 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 geschafft. Boah. Okay. Erledigt, erledigt, erledigt. Drei Sonnenhammer. Das heißt, jetzt braucht man eigentlich nur noch eine einzige Logenprüfung. Dann hätten wir alle. Dann könnten wir, glaube ich, eine geile Waffe kriegen. Dann wären wir nun mehr der OP. Wäre geil. Jetzt machst du eine Fremde, das schafft. Beim ersten Versuch. Geil. Im Moment bin ich an Prüfungen nicht interessiert. Wir haben alle. Wir haben alle. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir die letzte überhaupt schon kriegen. Ah. Nope. Haben wir noch nicht. Haben wir, oder? Doch. Hier. Wir müssen schauen, wo. Ach, da oben. Ja gut. Das ist zwar so ein Gebiet, was wir noch nicht ganz haben, aber fast. Das heißt, wir reisen da gleich mal hin. Und dann sollte das eigentlich alles easy sein. Läuft bei uns. So. Die Ladezeiten sind manchmal echt ganz schön lang. Deswegen, wie gesagt, ich katz immer ein kleines bisschen raus. Denkt euch nix. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Also. Wir brauchen jetzt so die letzten drei Glutsonnen. Die werden wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Komm her. Lass uns reden. Ah, da ist es der Typ, ne? Ja, jetzt nicht. Ich sage, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die letzten Glutsonnen uns holen. Und dann schauen wir mal, was man in der Jägerloge kriegt. Ich bin echt gespannt. Von dem her sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann sozusagen in der nächsten Folge zur letzten Glutsonnenbrühe. Macht's gut. Willst du nicht reden? Nein, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, Meister. Ich wünsche euch was. Eigentlich nur einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht. Was ist gut? Hab ich den? Hey, im Ernst, wir müssen reden. Ah, gleich. Bye.